Das ist immer schwierig, man muss sich erst dran gewohnen. Das ist der Wahnsinn. Kannst du mal ein bisschen weiter hintersetzen ins Leben? Ihr Umziehen. Das ist ja der komplette Irrsinn. Das geht ein bisschen, oder? Nein. So lange sie angeschaltet haben. Ja, natürlich angeschaltet. Aber das ist... Ja, jetzt geht es nicht. Ja, jetzt geht es nicht. Ja, ich glaube, sie hat die Star-Gene. Ja, ich glaube, sie hat die Star-Gene. Okay, jetzt spring auf, geht's. Stich dran! Stich dran!